Nachdenkseiten Die kritische Website Kompakt – fragwürdiges Verbot Ein Kommentar von Tobias Riegel Das Verbot des rechtsextremistischen Magazins Kompakt ist fragwürdig, auch wenn die dort verbreiteten Inhalte meiner Meinung nach abzulehnen sind. Denn bei der Beurteilung dieses Schrittes geht es nicht darum, ob man mit Kompakt einer Meinung ist, sondern ob Grundsätze der Verfassung geachtet wurden. Die wurden laut Juristen durch das Verbot verletzt. Das Bundesinnenministerium hat das rechtsextremistische Kompakt-Magazin des Publizisten Jürgen Elsässer verboten, wie Medien berichten. Rechtsgrundlage für das Verbot sei das Vereinsrecht, wonach auch Unternehmen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, vom Bundesinnenministerium verboten werden können. Begründet werde das Verbot mithilfe einer umfangreichen Materialsammlung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, an der auch der brandenburgische Verfassungsschutz beteiligt gewesen sei, so die Tagesschau. Sowohl das Bundesamt als auch der Landesverfassungsschutz beobachten Kompakt demnach seit Jahren und hätten das Medium seit Ende 2021 als gesichert rechtsextremistisch bewertet. Politiker von CDU und SPD haben die Entscheidung begrüßt. Die AfD hat das Verbot dagegen kritisiert, wie Medien berichten. Ein Presseorgan zu verbieten, bedeutet eine Verweigerung von Diskurs und Meinungsvielfalt. Ein Verbot sei immer der weitreichendste Schritt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser missbrauche ihre Kompetenzen, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Nancy Faeser kommentierte den Vorgang auf X so. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Es agiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Muslime und gegen unsere Demokratie. Unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene. Fragwürdiges Verbot Die Inhalte des rechtsextremistischen Magazins Kompakt lehne ich ab. Trotzdem finde ich das Verbot fragwürdig. Unrecht wird nicht recht, nur weil es mal den richtigen trifft. Schreibt die junge Welt in einem Kommentar. Bei der Beurteilung des Verbots geht es nicht darum, ob man mit Kompakt einer Meinung ist, sondern es geht um Grundsätze der Verfassung. Die wurden durch das Verbot mutmaßlich verletzt. So schreibt der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel auf X. Ob das von der in Verfassungsfragen nicht immer sattelfesten Innenministerin Faeser heute verkündete Verbot des höchst unappetitlichen Magazins Kompakt Bestand haben wird, könnte fraglich sein. Hier ein Zitat des Bundesverfassungsgericht. Zitat Ende Meiner Meinung nach ist das Kompaktverbot auch bezüglich des Kampfes gegen Rechts so kontraproduktiv wie entsprechende Verbotsvorstöße gegen die AfD, deren Inhalten muss man gute Politik entgegensetzen, man sollte sie nicht verbieten. Das Vorgehen kann auch ein problematischer Präzedenzfall sein. Für Publikationen in jeder politischen Richtung. Außerdem schafft man Märtyrer. Das Vorgehen von Faeser ist eindeutig verfassungswidrig. Ich finde es irritierend, dass einem Verbot eines Mediums offenbar kein öffentliches Gerichtsverfahren vorausgehen muss. Zumindest laut Jürgen Elsässer war das nicht der Fall. Er sagte laut Medien, bei Kompakt handele es sich um eine legale Zeitung, die noch nie strafrechtlich verurteilt worden sei, etwa wegen Volksverätzung, Rassismus oder Aufruf zur Gewalt. Zu diesem Punkt sagt der Verfassungsrechtler und frühere Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz gegenüber Tichys Einblick, die Meinungsfreiheit genießt einen so hohen Verfassungsrang, dass sie nicht einfach durch eine Exekutiventscheidung ausgehebelt werden kann. Verbieten lässt sich ein Medium höchstens, wenn es eine revolutionäre Position vertritt, also zum Sturz der bestehenden Ordnung mit Gewalt aufruft. Das müsste aber zu einem Strafverfahren führen. Das Fazit von Scholz? Das Vorgehen von Faeser ist eindeutig verfassungswidrig. Laut Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer sei das Verbot des Magazins dagegen geboten, wenn nicht sogar überfällig gewesen. Gerichte müssten jetzt klären, ob es auch juristisch einwandfrei sei, so Kramer laut Medienberichten. Pressefotograf beim Polizeieinsatz Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass ein Pressefotograf beim morgendlichen Polizeieinsatz vor Elsässers Haus zur Stelle war und mutmaßlich jemand diesen Termin durchgestochen hatte, schreibt der Anwalt Carsten Brennecke auf Ex. Das Kompaktmagazin wird verboten und es gibt komischerweise und natürlich rein zufällig pressewirksam inszenierte Bilder vom Zugriff auf die Personen, die in ihrer Privatsphäre überrumpelt und der Presse vorgeführt werden. Solche Zufälle häufen sich. Man denke dabei nur an die Reichsbürger-Razzia, die Durchsuchung bei Zumwinkel oder bei Kardinal Woelki. Natürlich ist das vorherige Durchstechen von Durchsuchungsterminen durch Ministerien oder sonstige Behörden zur Selbstinszenierung nicht nur potenziell strafbar, sondern es stellt auch einen rechtswidrigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen dar. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki bringt einen Rücktritt Faisers ins Spiel. Zur Frage des für das Verbot genutzten Vereinsrechts schreibt er auf Ex. Das Vereinsrecht kann nicht als Hilfskonstruktion zum Verbot von Medien dienen. Der Satz von Nancy Fäser, ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten, ist daher problematisch. Denn das Vereinsrecht ermöglicht das Verbot von Vereinigungen und nicht von Medien. Die Äußerungen der Innenministerin könnten den Verdacht aufkommen lassen, dass das Verbot der hinter Kompakt stehende GmbH vorgeschoben ist. Das Ziel scheint hier ausdrücklich das Magazin und nicht die Gesellschaft. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es sich bei Kompakt um ein rechtsextremistisches Blatt handelt und viel spricht dafür, dass man auf Grundlage des Strafrechts- und des Jugendschutzgesetzes in Verbindung mit den Landespressegesetzen hätte handeln können und müssen. Gerade zum Schutz der Verfassung muss die Verfassung aber peinlich genau beachtet werden. Sollte das Verbot, was ich befürchte, gerichtlich aufgehoben werden, ist ein Rücktritt der Innenministerin unvermeidlich. Zitat Ende. Die weitere Entwicklung des Vorgangs bleibt also interessant. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.